ARD Text im Auftrag von Funk 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 gigantisches spiel werden wird der wohl wieder sagen es ist nur ein großes dlc was ich aber eigentlich nicht wirklich finde ja das war's das ja der kleine diese fehler ich bin schon sehr gespannt auf morgen ich denke mal ja genau es wurde jetzt auch noch angekündigt dass ein pflanzen gameplay im pflanzen gameplay wird auf der gamescom gezeigt und ich denke mal sicher auch auf youtube kommen ich werde sie hochladen und wahrscheinlich auch wieder eine gameplay analyse machen freue ich mich schon sehr darauf vielleicht sehen wir sonst auch noch irgendwelche trailer da bin ich schon sehr gespannt und ja also ich werde hier die gamescom ein bisschen obwohl ich selber wahrscheinlich nicht da sein werde werde ich hier trotzdem so gut wie möglich und so schnell wie möglich hier alle infos raus und für die leute die auch nicht auf der gamescom sein werden gut das war's schon bis zum nächsten mal und ja noch was schreibt mir unbedingt in die kommentare was ihr von diesem von diesem kleinen teaser hält und was vor allem ihr denkt was das ganze was diese maschine sein wird bin ich schon sehr gespannt ob ihr eigentlich ganz gute ideen habt bis dann